Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von The Division. Genau, Wildlands. Ja, diesmal sehen wir beide gleich aus. Ja, stimmt. Das einzige, was uns unterscheidet, ist die Waffenfarbe. Und der Name Überdaim. Ja, Überdaim meinst du. Ja, du hast bei mir Mammel stehen, ich habe bei dir, bei mir habe ich dann Lotte hingestehen. Irgendwie so was. Wir haben uns jetzt gesagt, wir machen La Cruz zumindestens Fertigkeit.unmäßig sauber, aber die Mission machen wir nicht. Ja, dann machen wir dann ein andermal. Genau. Oh, Dennis wird direkt gefahren, das ist ja mal. Ja, oh mein Gott, ne? Ja, das ist, was du direkt am Anfang fahren musst. Du musst den Leuten da was bieten hier. Ich hörst du direkt. Man muss den da was bieten. Was? Die sind auch die Gegner. Ach so, das sind Gegner. Jetzt mal alles schon am Schluss noch plattgemacht. Warum machst du das? Das steigert nur deine Prozent. Das ist der Betrug, ist das an dem Zusehen. In your face. Oh, der Leutnant hat mich gesehen. Haut Dreck ab. Leutnant, bleiben Sie stehen. Ja, wer schießt denn das? Ach tu, Idiot. Von am Boden. Geht der da wirklich in der Ecke, ey, Typ. Okay. Wieso, ob ich jetzt bitte noch 32 Sekunden, bis ich wiederbelebt werden kann? Ich weiß es nicht. Bisschen sehr schnell. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo bist du denn? Im Haus? Ja. Bin im Haus, ja. Hab ich den Typ da nicht gesehen, ey. Der kommt halt jetzt erstmal in meine Nähe. Ich würde dich ja gerne aufheben. Aber da werde ich... Nein, da werde ich angegriffen. Nein, 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 nein. Wo bist du? Ich geh doch mal am Fenster. Ich bin jetzt tot. Ach so, gut. Dann belebt dich wieder. Wow. So viel dazu, dass ich auch meine 9 Minuten erreichen will, ne? Können wir nochmal anfangen? Nein, können wir nicht. Schade. Wir haben sowieso schon verspätet angefangen. Ja, eine ganze Stunde zu spät, ne? Aber lag an mir, weil mein Gerät nicht machen wollte, was es macht. Nämlich aufheben. Und ich möchte auch noch abends essen, irgendwann. Na gut, danach. Ne, mach ich danach. Deswegen hab ich extra gesagt, um 7 und nicht um 5. Ja, kam nicht dazu. Ja, hab ich ein paar Körgchen gegessen. Körgchen. Lecker Körgchen. Genau. Hallo, ich schieß den doch an. Ich hab ein Schuss noch abgegeben bisher, ne? Seit wir die Aufnahme gestartet haben. Mhm. Und wieso komme ich als, wenn ich gespawnt werde? Äh, mit einem Schuss weniger in meiner Waffe. Weiß ich nicht. Ich hab auf jeden Fall alle getötet. So, haben. Alles tot hier. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oh, wir müssen noch mehrere Leute als in diesem Gebiet holen. Mhm. Kann sein. So, Nebeneinsätze haben wir jetzt. Und das neue Land, der fährt gerade mit dem Auto weg. Also schnell ein Auto schnappen. Ja, ich versuch. Ich wollte eigentlich die Kiste mit deinem Regal. Keinen Bock, die hier zu suchen. Ich hab jetzt unsere Karte wieder. Hast du ein eigenes? Hast du ein eigenes? Hast du ein eigenes? Ja. Das mache ich schon mit meinem eigenen. Oh, ich hab ein Zillus getötet. Bei Brückwärtsfahren. Ja, die stehen auch immer, manchmal so ungünstig, die Leute. Gut, bei mir sei jetzt nicht. Oh Gott, was mache ich denn gerade? Was ist denn mit dem Sicht los? Mit der Kamera? Ich bin auf jeden Fall jetzt bei dem Typen. Noch hat er mich nicht gesehen. Das heißt, ich kann einen schönen Ram. Bam. Ja, keine Ahnung. Mir läuft es gerade nicht ganz rund. Ah, ne. Ich konnte ihn leider nicht stoppen, aber der qualmt schon. Okay. Kommen sie gleich von hinten angeschossen, ne? Ja. Irgendwann. Nix da. Scheiße. Weißt du was her? Äh, kürz ab. Oh. Hat funktioniert? Ja, aber ich... Sorry. Ach, nur das Anfall. Genau. Ach mal, jetzt hatten wir wieder diese scheiß schnelle Karre. Ah, ich hab nicht so ne schnelle Karre. Ja, ich hab'n gedreht. Ich hab'n gedreht. Ich komme. Hörter weiter. Ich ram' ihn. Nicht. Der ist das. Ja, immer diese Fahrzeugjagten hier. Das gehört dazu. Alter, von warum tranz der dann? Sobald man den überholen will. Wiss ich nicht. Er ist ausgestiegen. Vorsicht. Ja. Bei uns muss man Schiss haben, wenn wir Autofahrer hier. Ja. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Wolle die gleiche, vor allem die gleiche Frage, wie zum anderen Klopfen, Leben nach dem Tod? Hm. Gute Frage. So, jetzt brauchen wir noch einen Leutnant. Ah, noch einen. Wolle die Wärme-Informationslager. Wolle sind wir? Das Informationslager? Perfekt. Ja, guck mal, was die Rebellen machen. Ich hab' keine Ahnung. Die machen immer irgendwas. Die ram' mich. Deswegen. So, wir können fahren. Gut, ich fahr' schon mal. So, so. Ach, jetzt okay. Weißt du, was ich traurig finde? Nee, was denn? In letzter Zeit kommen einfach viel zu viele Spiele gleichzeitig raus. Allein, glaube ich, am 29. Oktober kam, glaube ich, das neue Mario raus. Dann kam noch das, äh, Assassin's Creed raus. Und dann noch Wolfenstein. Für Shooter-Fans. Äh, da sind einfach zu viele Spiele auf einmal. Ja. Da ist halt nicht weiter. Und kurzer Vorkommen nach Evil Ward 2. Da kam noch das. Da kam noch die Jenis. Und das, Madhunga Gandhi. Ja, du bist ja auch mit einem schnelleren Fahrzeug unterwegs. Ui! Weg da! Was? Oh, was war das denn? Ja, ich bin so nah an der Tankstelle geparkt, dass du auf einmal durch die kleine Berühmung, die du bei mir gemacht hast, direkt angefangen hast zu pfekeln. Aha. Na gut, sobald mein Auto nicht einfach ganz weit hoch nach oben fliegt. Oder einfach zurückgezogen wird. I believe I can fly. So, wir haben dann hier in der Nähe einmal eine Waffenkiste und einen Nebeneinsatz. Beim Nebeneinsatz ist ein Flugzeugklau und dann eine Waffenkiste. Ich steig bei dir ein, bevor es den Rebellen macht. Warum sollte der... Oh, da war einer vor mir. Ich hab noch selber markiert und da nicht drauf geachtet. Bei mir leckt es ein klein wenig. Nur bei mir, seit ich dieses Kabel da einmal außen eingesteckt habe. Ich weiß halt nicht, ob es im Spiel liegt oder auf der Aufnahme. Leckt die Aufnahme oder das Spiel leckt bei dir? Ich weiß es halt nicht. Ne, wenn du jetzt selber spielst, auf dem Fernsehen. Ja, am Fernseher entdeckt es halt. Dann liegt es am Spielen, nicht auf der anderen Aufnahme. Äh, gut. Hier sind noch, glaube ich, Informationen für die Quest, oder? Ne, ne, das ist der Projekt. Achso. Wir wollten ja wirklich... Wir wollten erst alle kleinen machen, dann die mittleren, dann die etwas höheren und dann plus den... Ja, das sowieso. Aber wenn wir jetzt auf einmal einen etwas größeren machen, kann es sein, dass die anderen beiden automatisch schon auch erledigt sind. Glaube ich schon. Auf jeden Fall würde ich es nicht machen. So macht man das halt nicht. Der ist die Kleine, dann die Große. Kommt drauf an, ne? Und es wird eigentlich so zu einfach, sonst gehst du einfach direkt in das Gebiet, wenn du es weißt, und tötest du den direkt. Ja. Den glaube ich eigentlich nicht, wenn man den tötet, dass die anderen auch weg sind. Ich nicht, aber wir machen das auch nicht. Ohne! Oh, guten Tag. Da ist einer. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Gut, das war ein Mann. Ah, toll. Jetzt hatte ich die Drohne anstatt hier zu benutzen, um zum Explodieren, ne? Ja, wollte ich jetzt mal mehr sein, oder? Nein, nein, das Flugzeug haben wir noch hier. Stimmt. Aber nicht in der Nähe von mir. Oh. So, jetzt hast du es kaputt gemacht. Hä? Du hast es kaputt gemacht. Ich war doch voll weit weg. Was ist das denn für ein scheiß Flugzeug? Tja. Hatte es doch eiskalt geschrottet. Und hier ist noch eine Kingsleiter-Datei. Die Drohne war ich voll weit weg. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Das ist ein Gegner, vor allen Dingen. Hast du geschossen auf den? Ja. So. Ach, jetzt ist gerade meine Schwester nach Hause gekommen. Ich hoffe, weil die... Äh... Dann sag kurz Bescheid. Ja, wenn sie reinkommt. Ja, toll. Dann musst du wieder rausschneiden. Ja, aber wenn die jetzt rausgeht, dann musst du das raus auch rausschneiden. Warum? Mach doch einfach kurz ein Mikrofon. Ja, Moment. Ich markiere schon mal das nächste. Und zwar, hier haben wir hier einen Fertigkeitspunkt. Oh, ist das ein Weg? Das ist mal ein interessanter Weg. Ich kann dich irgendwie in... Ich versuch den Dennis mal ins Auto zu schieben. Nee, klappt nicht. Okay. Dann holen wir jetzt mal das Auto. So. Okay. Äh... Ich hab ein Auto. Ich hab ein Auto! Steig ein. Du bist ein Zerstörer, das bist du. Hier sind zwei Motorräder. Hol... Auto. Du fliegst... Vermutlich mit dem Motorrad fliegt man aus die Fresse. Da, wo wir hinwollen. Wo, wo, wo wir herfahren jetzt. Ich weiß nicht. Ich bin hier. Oh. Weee! Yay! Steine Flasche. Schön. Äh, Stein. Und dann Stein. Und dann haben wir uns einmal... Und... Okay, kam schon mal gut vorwärts. Muss wieder hoch. Zwillinge hier. Ja, das ist das Problem, dass man den Division-Agent, den wir als Verkleidung haben. Ja. Äh... Komm da nicht hoch! Klungenkriege halt. Äh, dass wir den nicht mal, zumindest optisch noch ein bisschen ändern können. Naja. So, Drohne. Oh, das ist eine schicke Karre. Wie will der sich kaputt machen? Oh, oh. Sind da viele drin. Ist das ein Heli? Mhm. Im Haus. Ist man drin? Oh, 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 schön. Ich kriege drei auf einmal kaputt. Ah, bumm. Das macht bumm, wenn ich dich sehe. Hey, Leute, auf einmal. Was müssen wir hier eigentlich machen? Eigentlich nur einen Fertigkeitspunkt holen. So voll viel in dem Raum, wo wir gerade sind. Ja. Wir müssen trotzdem immer so groß sein. Die Drohnen, die wir dabei haben. Oh nein, gleich viele. Ja. Wir haben Drohnen bei Amazon immer bestellt. Oh, mal Verstärkung, ne? Ja. Wir sind wirklich auch immer nicht so oft gestern. Damn, ist nicht gut. Aber kommt halt vor. Alter, kommt. Ich bin am Boden. Schon wieder? Die kommen irgendwo her auf einmal, als ob sie da gespawnt wären. Genau steht auf einmal über mir. Gut, ich behebe dich jetzt wieder. Ich habe noch meine Drohnen in die Luft gejagt. Wie ich dich heile von hier. Von voll weit weg. Hinter dir. Ja. Ich sollte auch die richtige Waffe vielleicht ausgerüstet haben. Möge mich bitte auf. Ach, jetzt ist es auch auf. Ja, ich habe außerdem das Schärfschützengewehr gehabt. Ja, das ist mit dem anderen hier passiert. Danke. Wenn ich den Typ nicht gesehen habe und dann... Soll ich die Rebellen? Weiß ich nicht. Hast du die überhaupt gerufen? Ja, gerufen habe ich sie. Ja gut, dann kommen sie Flächen hin. Soll ich mit dem Haus drin. Schießt einer auf mich. Denkt an, wir sind Zivilisten. Der Tango ist hin. Wo sind die Gegner? Treppe hoch. Da hat er Treppe. Ich hätte mir egal. Warum sagt mein Charakter so eine Scheiße? Bei mir auch, oh shit. Ich glaube, ich habe hier mein... ...unschuldiges getötet, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist mein Cheater ja da. Na gut, dann. Ich habe halt meine Drohne in die Luft fliegen lassen. Ich habe hier noch eine Drohne. Ich habe hier noch eine Drohne. Siehst meine Drohne nicht. Hinter dir, hinter dir. Ah, wer da... Oh. Egal. Ja, ich stelle mich auch gerade an wie der letzte Depp. Ich glaube, das ist meine Explosion, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe die Frage, ob ich sie überhaupt retten kann. Du liegst da ziemlich offen. Weiß ich nicht. Jetzt ist der Heli kaputt. Warum ist der Heli kaputt? Verstärkung von den Gegner rückt. Er ruft nochmal Verstärkung. Komm auch mit Verstärkung. Geht nicht. Kannst du es nicht machen? Ich bin am Boden. Nicht nur keine Aufklärung. So, hier kommen unsere Feindpositionen. Hier kommen unsere Feindpositionen. Du liegst mitten im Pool. Ja, das reicht unmöglich hier. Schön warm. Du bist voll unter Wasser, aber ich... Ich habe noch 10 Sekunden, ja gut, danke. Muss ja wohl einen Keller geben, dann hier. Hier im Haus soll einer sein. Hier ist ein Keller. Oh, ein Sportraum. Sportlich, Sport. Ja. Wollt mal Gewicht heben. Aber es geht noch weiter runter anscheinend. Wo? Weil hier ist halt keiner, ne? Sonst wäre ja hier... Ach, egal. Weißt du warum? Es sind voll viele Gegner. Aber ich werde es nicht da drinnen machen, wo du gerade bist. Äh, mitten am Eingang. Da kommen sie. Nein, das sind die Rebellen, oder? Können Sie auch einfach den Punkt holen und wieder abhauen. Ich habe eine gute Idee. Warte. Ich habe eine sehr gute Idee. Hey, die sind unter der Erde. Deswegen? Oh gut, dann interessieren die mich nicht. Deswegen holt mir einfach jetzt den Fertigkeitspunkt und dann geht's von der Sinn. Ich muss immer ein kleiner Gangster traurig sein. Boah, geiles Buchkampfer. Fällt ja nicht weg, wenn wir es haben, aber wenn die eher unter der Erde sind... Geiles Fernsehbuch an, was hier läuft. Da. Da haben wir nie einen Satz wieder. Hier ist kein Fernseher. Wo ich stehe. Hier ist keiner, bei mir. Da stehst du bei mir ein Fernseher. Bei mir nicht. Hier ist bei mir nur die Wand. Das ist voll auf den Fernseher geschossen, dann ist sie kaputt. Na, bei mir habe ich hier auf die Wand geschossen. Und ich habe mich durchgeschrieben. Da hast du ein M geschrieben. Ja. M wie Marktführer. So. Ich werde fahren. Willst du einsteigen? Ich hole mal meine Karre. Hey! Du hast Verstärkung, ist doch gut. Ich habe Verstärkung. Komm los.